Freunde, was geht ab? Ihr ist wieder euer Frank. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es auch gut. Danke. Heute möchte ich euch ein super cooles Videobearbeitungsprogramm zeigen. Los geht's! Also, es heißt Quick. Es ist so cool. Man geht unten aufs Plus, um ein Video zu erstellen. Dann ist man einmal bei den Bildern. Ich nehme zum Beispiel... Mir egal, ich nehme jetzt irgendeines. So, dann habe ich einmal irgendeines ausgewählt. Dann gebe ich... In meinem Fall gebe ich jetzt Katzen ein. Und da gibt es jetzt sehr viele Effekte. Wirklich viele. Ihr könnt es euch aussuchen. Zum Beispiel, ich nehme da Dashing. Es gibt sehr viele Effekte. Dann gibt es hier noch Musik. Außer der einen. Und dann kann man auf mehr Musik gehen. Dann gibt es dann auch schon ziemlich viel. Dann kannst du auf meine Musik gehen. Dann gibt es noch das hier. Das benutze ich eigentlich nicht so sehr, aber man kann es auch benutzen. Dann kann man hier noch die Palette einstellen, in welchen Farben es alles sein soll. Also, das... Okay, dann lassen wir anfangen. Ich nehme jetzt zum Beispiel das hier. Ach, ist doch egal. Outro, da kannst du einstellen, ob am Ende das Wasserzeichen kommt oder nicht. Hier kannst du die Länge deines Videos einstellen. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe es wieder mal schlecht erklärt. Ja. Oh ja, und ich wurde eingeschrieben von Exold. Ich soll das Wasserzeichen rechts oben weg tun. Ich habe mir kein Master Prime heruntergeladen, wie du gesagt hast. Aber leider... Er wurde nicht installiert. Ich habe da Samsung Galaxy Deppes 2VE. Das ist eh Android. Vielleicht, Exold, wenn du dieses Video siehst, vielleicht kannst du mir etwas helfen. Da das Video endet auch nur. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Und abonniert auf Frank Universe, um kein Video mehr zu verpassen. Hab euch lieb. Euer Frank. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!